Also da sind wir auf dem TCS Campingplatz, der grösste Campingplatz vor der Schweiz und leider muss er 2024 wieder schliessen, weil er ist im Naturschutzgebiet und Naturschützler haben da eine Massnahme getroffen gegen einen Campingplatz und jetzt wird er geschlossen 2024 und ich finde das schade, weil die Enten und die Vögel und die Füchse und die Iglen haben sicher kein Problem mit den Campierenden und sie sind alle sehr friedlich und da wird also kein Wildtier ab und die Hunde sind auch nicht gefährlich, sie sind nur so kleine Pudeln die sie haben und die Autos sind eigentlich auch keine Probleme hier auf dem Campingplatz und trotzdem wird der Campingplatz geschlossen, aber es wird vielleicht noch ein Bundesgerichtsentscheid geben, dass wir den Camping nehmen.